die Lohnleute und willkommen zu einer neuen Runde der Entschuldigung der ist so es gab anscheinend ein Upgrade was ein bisschen was hinzugefügt hat aber leider keine neuen sachen hier auf jeden Fall kommen wir uns mal die Upgrades an es gibt auch offiziell den Gold Upgrades dann wurde bisschen geändert Cash Upgrades haben wir anscheinend keine was was geht ab muss man sich erst freischalten so dann gibt es Manager irgendwas Neues dann Unlocks the S Upgrader EZ keine Ahnung was das bedeuten soll aber wir nehmen das einfach mal was ist denn das ach so ne what ah anscheinend sind das die Upgrades wo wir uns kaufen können ich verstehe gut ist verständlich für mich so dann gibt es jetzt das neue Gold Upgrade ähm Schema Ding Banane ja aber erstmal kaufen wir uns ein paar Ölfabriken 25 25 an der Anzahl da hat er einen kleinen Timeboost bekommen ich möchte auch auf 50 das wird knapp das schaffen wir wahrscheinlich nicht ja wir haben so zwei Stunden die Hachner ist dann hier der Dude ja du schaffst das ich baue auf dich ich baue auf dich bauen Bauhaus äh ja gab nochmal Gold äh Geld Geld Swag and Stats haben wir Swag über die Musik aus so ist das schön Herrgott wie blöd bin ich eigentlich Herrgott Markred was kostet denn das nächste ja hallo Geld hey Lemon Stands 300 kann man ja mal machen ja äh so bumm 300 dann können wir gar nichts kaufen ah das wird dann ausgegraut sehr gut das war ist ein äh war nämlich ein Bug das gab es beim letzten nicht äh was ist das ach das ist auch dann eine Leiste wie viel wir da noch brauchen bis es dann voll ist hä oder keine Ahnung ist das eine Zeitleiste ne hä was was Max ah sehr geil also man kann einfach das Maximale kaufen was man so kaufen kann hier wäre es maximal dann vier Koffer Silbe 3 ein was mal hin zu einem Fall 81 was hier durch Prozent 67 also Zehnerschritt sind immer noch lieber so boom me me da da und Nr war die Lauf und du willst müssen warten ich nehme den Zehnten auf der Zartung du schlingel auch schneller die schon ziemlich schnell anscheinend ist es dann die Anzeige dass es noch unter einer Sekunde ist was soll das ich verstehe es nicht was soll das willst du mich verwirre ich verstehe es nicht es ist verwirrend Investors gibt es etwas Neues nicht Claim Angel Investors vor allem eine Null genau was soll das ist das vielleicht der Schritt bis zum nächsten Upgrade ich verstehe es nicht anscheinend schon lol lalalala 400 nee es geht nicht teuer die Musik richtig schön das ist dann echt der Schritt bis zum nächsten Upgrade aber ich glaube das war vorher auch nicht ich war vorher nicht doch nee nee so 13 Trillionen der ist teurer als der oh Gott wir haben auch keinen Dude am Start so Leute dann so dann Zeit 6 Minuten ja ist eigentlich nur ein kurzes Update das Video wird auch einfach random hochgeladen hat keine feste Upgrade Zeit also das kommt freitags mit äh der ww supercard Folge wahrscheinlich gleichzeitig hoch oder online vielleicht auch ein bisschen später vielleicht um 6 Uhr dann jo wahrscheinlich 6 Uhr also würde ich sagen dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal also morgen bei der Skyblock Folge oder morgen im Livestream denkt dran 22 Uhr morgen Livestream auf Twitch alles in der Videobeschreibung ciao eeeow pfff pfff